Und damit herzlichen Willkommen zu einer weiteren Folge Mass Effect Andromeda Multiplayer mit der Stadt der Rohro und zwei Randoms. So, da es es immer noch so ekelhaft heiß ist und Rohro meint, ich soll den Ventilator anmachen, kann es sein, dass du den im Hintergrund hört, weil Rohro war der Meinung, den lässt du an. Jetzt bin ich's für drauf, okay. Ja, hast du doch gesagt, es soll anlassen. Also, falls ihr das anhört, tut mir so wie. Rohro hat's gesagt. Hm, ich hab's wieder gesagt, ja. Habt ihr's gehört? Rohro hat's gehört schon wieder zugegeben. Äh, um... Das merkt ja manchmal gar nicht, dass das so was wieder zugegeben. So, ich hab mal eine neue Waffe, mal sehen, wie die geworbt ist. Wo? Das sieht voll so schlecht aus. Das hier. Die Sache ist ganz einfach. Säubern Sie das Gebiet und riegeln Sie es ab. Okay. Gebiet säubern und abriegeln. Oder abriegeln und säubern. Freitesten. Okay. Aber eins nach anderen, vielleicht. Also, ich riegele ab und du solltest. Äh, ach, ich muss wieder Tracksarbeit machen. Okay. Oh, geil, ich hab sogar noch der Rösche Munition eingepackt. Das Robto Muni. Ey, das ist ja, ja, ich hab hier auch so eine Art wie einen Minikan. Das tut eine Minigun auch. Ich habe meine Schilde verloren. Ich hab meine Schilde verloren. Oh, die hat ganz schön drin. Wenn sie trifft, ja. Das ist ja, wenn sie trifft. Oh, Munition ist sehr schnell weg. Aber trotzdem war nicht schön. Hm, Munition holen. So, zack. Das ist ja, ich kann nur dreimal nachladen. Also, quatsch. Dreimal nachladen. Oh, darf er auch zu ran? Weißt du eigentlich, ich glaube, ich bin hier in der Hallett? Wo liegst du? Auf dem Boden. Noch. Auf dem Boden. Drei Gegner stehen noch. Unten ist das so ein Kleidlotscher Gegner zu. Ich hab mich selbst wiederbelebt, was zu lang ist. Ich hab mich noch was zu lang ist. Warten sie nach. Nur noch der eine Versteilungstruppen. Ach, Moment. semiconduział Ich habe mich noch zu widoten. Ich hab mich noch nie zu lutschen. Ja, ja, ja. Ich hab' in Ordnung. Das geht um kleines Hass. Kopp anzieht! Und nachladen! Boah, mega wie die Asauris da abgehen! Wie in den Tunnel ist nicht so übel Winnie, Winnie Garten? So war es jetzt. Nur noch drei. Schalten Sie sie aus. Runter! Ups. Keiner noch. Man passt das. Sie haben sämtliche Gegner eliminiert. Weiter so. Hm. Okay. Wallet 3. doch nur ein kreis die map kennen wir irgendwie noch nicht so ganz objekte entdeckt finden sie sie und bringen sie zur übergabe position das muss man hier nach daten ich nicht durchhalten roh wo er schliebt geschliebt politik zu Alex zu Prozent das war nachladen ich habe meine Schäden verloren okay, nehmt mal die andere Waffen, mal gucken rennt sie nicht mal ab, brauchen wir auch ja wenn das wird schon in die länder ja auch dort neben doch klar lasst uns aus die bergung der artefakte ist abgeschlossen das war so ein viel auch nö jetzt liege ich ach ne jetzt bist du schon gut ja war das da das liegt noch boah auch gar nicht so einfach mit dem level 1 charakter der noch null skills aber das ist auch so dann mein nächster ich habe auch noch nicht ich habe um eine neue Betriebe ich werde ich habe aber jetzt kommt er noch Okay, ja, nicht so schlimm. Was fällt so ein, jetzt zu sterben? Ja. Ja. Nein, nein. Boah. Alter. Äh. Na, mal gucken, ob er hilft. Er sieht nicht so aus. Krieg ich immer mit. Was? Oh, oh. Boah, jetzt muss ich darauf stehen. Nur noch drei. Schalten Sie sie aus. Oh, nachladen. Ich bin zu niedrig, was? Im Moment ist alles sicher. Ja, da runter geht nach oben. Ja, 80 Schuss, das bei einem Minigang. Na ja. Vorsicht! Feinkontakt steht unmittelbar bevor. Auf und eine Kreise. Da, 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 da. Oh, äh, ich trauer. Okay. Äh. Wo kann ich? Da, 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 da. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Mal los, hoh. Das mit Boost noch. Hoppen, hoppen. Ja. ein gegner ist los ich habe hier gehen ist ja auch wirklich also mit diesem normal aber das ding macht schaden dann übel ist aber es ist nur wenn es aber und zerstörer ich bin dem genau umgerannt ja einmal aufhelfen ich danke euch ich bin jetzt gott so hoch konzentriert ja das ist abortig nachladen so so hat 8 wurde geborgen wo ist denn der dicker den habe ich weg ich weiß nicht ob es noch einer ist aber wenn dann kann ich noch nicht noch mal machen weil ich habe keine topas mehr da ist noch doch scheiße der kommt näher tot oder doch mal und sind die den koloss weg machen bis zu etwas älter ist doch nicht zu übersehen mann wurde sichergestellt komm mal zum zum exfiltrationspunkt merkst du selbst ne ja ich hab's gespürt machst ihn weg ne ich liege auch schon wolltest du ihn weg machen bist du doof ok die frage war ja echt äh naja hätte ich mir selbst beantworten können ob du doof bist okay dann muss ich selber und die so jetzt kann ich mir auch nicht mehr umgedehen äh wieder mit dir äh das ist mir ein bisschen nah ich schließe ah jetzt hör doch mal auf hier auch einen anderen Platz das ist alles wie du brauchst einen anderen Platz ach nee auch noch nicht ach nee ach nee ach nee ach nee ach nee hast du den dicken nun weg oder nicht nein die soll denn nicht nur noch drei schalten sie sie aus ach nee weil ich hier einen Haufen zu tun habe ich bin ich bin der büro der ticke jetzt das ist doch nicht da unten das ist der erste ähnliche der noch übrig ist ach ja jetzt kommt so jetzt ist oben der Moment ist alles sicher jetzt ist doch tot ok oh oh man ey oh wälde siegen wir sind hier fertig begeben sie sich zur Landezone das wird lustig oh no ich hab keinen Hupfer mehr lustig da 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 wo sind die Gegner wieder hin da sind sie ja da ist vordrauer jetzt aah also einen konnte ich weg hauen aber der andere nicht oh da wo da wo ein Koloss hä wo ist denn hin tot o oh seco ah Uni Mist Kommen mal zu euch hab da solche gute Ideas Autsch warum Oh, holen wir. Also, wir haben Zeit nicht mehr. Ja. Äh, wie die Strahlung ist von den Dingen, das ist ja überall immer. Bist zwar... Angsthaft. Okay, meine hab ich. Ich bin da! Ey, ich musste mich nochmal wiederbeleben. Ja. Ey, bei mir war das jetzt knapp. Das war auf der letzten Sekunde. Ich müsste normalerweise grün haben. Theoretisch. Weil ich war mit einer halben Sekunde da. Ich hatte noch eine halbe Sekunde Zeit. Weil eine Sekunde war ich noch vor den ersten Ring. Also kurz davor. Ich bin ganz ständig drin. Stufe 2. Stufe 2. Stufe 3. Da musst du ziemlich nah sein an die Gegner. Komm mit dabei. Cool. Wow. Stufe 5. Wow. Buh. Was kalt in der Stufe 1? Ja. Das ist mega. Jetzt bin ich in Stufe 19 noch nicht schlecht. Oh. Mega. Ja. So, liebe Leute. Das war's wieder von heute. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Daumen oder Abo da. Alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. �pfer homework Zhu. Westfekt. Und dann?